so was denn was war ich Team Besprechung der hat grad voll ins Mikro gesäuft was ist okay er hat ja Voice Activation an ich weiß nicht das war merkwürdig guck mal wie hübsch das hier ist ich war noch nie auf Paris ich hab die Map noch nie gespielt ich hab nicht mal Videos dazu gesehen das ist mein erstes Paris Video das ist jetzt das Paris Video ja du musst doch mal Baptiste spielen du willst dich immer kann ich ja nicht wenn ich Bots hab da hab ich null Chance soll ich noch zu dir kommen und dann spielst du Baptiste nee ich hab ein Baptiste Video gemacht das muss den Leuten reichen oh ich muss gleich die Werbung drauf schalten oh ich krieg kein Geld für das Baptiste Video Moment das ist doch immer manis Paris hat hier so voll den ekelhaften Joke Joke niemand ist da das sind die alle hallo oh oh mein Gott ich treff nicht willst du die AFK wieder und nicht kicken ah da kommt einer mit deinem Kack eh immer ne ich muss den nachladen ich muss den nachladen ach Dennis ist geil gestorben er wollte mich flanken und der Computersenjata hat ihn einfach getötet gnadenlos ja wo kommt ihr denn eigentlich her von hier von oh oh nois oh mein Gott und so ah da so oh Jesus oh nois wo hab ich meine Drohne hingeschossen ach scheiße ich bin verwundet ist nicht gut ok machen wir es jetzt mal funny was was hast du vor es gab übrigens auch irgendwie so ganz viele andere kleine Änderungen mit dem Patch hier so Doomfist cool da oh mein Gott oh mein Gott oh Jesus oh nein oh nois was macht ihr da drüben ich hab irgendwie meine Windows-Lautstärke hochgestellt ich weiß nicht wie ihr solltet mir jetzt besser alle auf den Weg gehen nice oh mein Gott oh mein Gott die Klee-Ulti wurde gestoppt vom Warthog lol die Computer so ich kenn die Map nicht oh mein Gott oh mein Gott oh jeez oh mein Gott Hast du den Fleck gesehen? Fuck! Vorhin bin ich unclief vorbei, erst mal in dein Gesicht gedasht. Ich hab's gesehen. Da hab ich so Panikdrohne rausgeschmissen. Der ist mal voll von mir weggeworfen. Dumme Bots, ey. Oh mein Gott. Ich seh's schon in den Kommentaren. Dislike my Bots. Dislike my Bots. Dann schreibt Blizzard, dass die das Quickplay im PTR wieder anmachen sollen. 6 gegen 6 Baptiste macht keinen Sinn. Es sind so viele Drohnen überall. Also wenn ein Held im Arcade 6 gegen 6 keinen Sinn macht, dann ist es Baptiste. Es stirbt nix. Naja, muss halt die... was ich mein... Unendlich lange stirbt nix. Du kannst ja die Drohnen auch wegschießen. Machen sie sich bereit zum anderen. Wählen sie ihren Heli. Hm. So Baptiste spielen. Aber ich kann... die killen doch nix. Baptiste macht aber auch gut Schaden, wenn man trifft. Das einzige Problem ist halt zu treffen. Ich hatte nur noch nicht eine sinnvolle Ult-Platzierung. Ich hatte nur noch nicht eine sinnvolle Ult-Platzierung. Spielen müssen. Wir haben nix. Jetzt sogar Boops. Ich mein, es war ja jetzt auch schon spät am Abend. Quasi schon mitten in der Nacht. Mein Discord besteht aus Studenten und Schülern. Die haben immer Zeit. Scheinbar nicht. Niemand hat den PTR installiert. Oder niemand will mit uns spielen. Ich mach jetzt teuren Wein kaputt hier. Okay. Oh, das könnte jetzt echt schwer werden für dich. Warum? Seid ihr Bastion? Nein. Symmetra. Wir haben keine tolle Komm. Keine Sorge. Torbjörn. Nein. Genji. Ich spring nur auf der Stelle rum. Hallo? Wie soll ich dagegen jetzt ankommen? Oh, schieß. What? Als ob ihr Doomfist habt. Oh! 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 Oh mein Gott! Der Senata rockt alles weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin voll getäuscht. Geht doch. Es bleibt aber auch nie jemand in meiner Drohne stehen. Das ist so traurig. Die Bots auch nicht. Die gehen immer raus. Die Bots bleiben da auch nicht drin stehen. Also macht ihr nichts draus. Deswegen kann ich nicht Baptist spielen. Weil die nicht nach Baptist spielen halt. Die kennen Baptist nicht. Die wissen nicht, was ein Baptist ist. Ist der nicht einprogrammiert? Ist der nicht einprogrammiert? Kann der Dennis mal aufhören? Ist der Play of the Game so? Oh mein Gott. Was ist denn Stress? Was ist denn Stress? Hey Anna, es geht. Du musst sie irgendwie revidieren. Die heilen doch. Aber da zählt irgendwie nicht zu den Sets die Healings, die sie rausgeben. Oh! Ja. Weil wenn ich eine Tealing sage, dann kommt die Anna auch zu mir und halb mich. Was macht die Saya? Warum ist die alleine? Warum ist die auf den Punkt gegangen? Warum ist die auf den Punkt gegangen? Die hat da so ein Fetisch. Oh shit. Oh jeez. Shit! Das war's. Oh shit. Oh shit. Das ist ein Wurzel. Für den Punkt. Und das ist ein Spiel. Und jetzt ist der Punkt noch zu kurz. Jetzt kommt die um值m statue. Ich bin zu ca. Und jetzt bin ich nicht neugierig. Oh shit. Ich bin zu gut. Ich bin zu ca. Macht die Drohne kaputt Die kennen Baptiste nicht, die Gegner Ähm, die Bots Das Rortok gehetshottet Das ist ganz schön dreist Oh, die Mei-Ult Oh, die Mei-Ult Hier ist kein Durchgang Ich laufe jedes Mal durch Simiata Nein Wie hast du da die fucking Drohne Das waren Drohnen-Snipe Oh nein Die stirbt währenddessen Die da echt die scheiß Drohne auf Das war perfekt Das war fucking perfect Ich hab auch nicht mehr richtig geschossen Weil ich mir dachte so Ach, die Drohne Drohne, ah Kann mein Team sich mal sammeln Man kann die Taube abschießen Aber sie hüpft nur kurz hoch Und sitzt dann wieder Oh nein Oh jeez Oh, jetzt bin ich so tot Yep Yep Nur weil ich meine dummen Teammates retten will Immer Immer dasselbe Problem Supporter alive Oh no Oh yes Oh, es kommt wieder Play of the game Oh Oh Ah Shit Ah Oh god Das ist ja endmäßig bei der McQueen-Ulti Wenn du die Drohne wirfst Hab ich aber nicht Ja, aber wenn Das ganze Team stellt sich in die Drohne Und die McQueen-Ulti ist gekontert McQueen ist voll useless Also sein Ulti ist sowieso useless Aber vielleicht Aber vielleicht tötet er die Drohne Vielleicht visiert er die an Ja, aber dann Weiß ich nicht, ob das zählt Oh die Na, wie ist Hack Batiste? Nicht gut Der kann nicht mehr viel, hä? Nicht gut Das ist echt nicht gut Damit hab ich nicht gerechnet So, eh, 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 eh Nein Dennis Countert mich die ganze Zeit Arme Schnurfel Was man zusammenbauen kann Kann man auch zerlegen Das wäre auch traurig Wenn ihr verliert Wenn ihr verliert würdet Ich mein Oh Gott Oh nein Ich hab mein Ich hab mein Ding Sie verkackt Ich hab mein Ding Sie verschwendet Ganz schön dreist von der Arna Dass die Insel Dass die Insel meinen Tower macht Du so Wie ein kleiner Zwerg bist Oh Ich hab mich gesleept Das war Holy shit Du hast mich, hä? Wie gesleept Du kannst mich nicht sleepen Nein Nein, nicht du Was kann ich picken, um noch zu gewinnen? Uff Uff Alle brennen bei euch Wir spielen ja auch gegen Bots Was ist mit der Zaya? Die geht immer Oh mein Gott Der macht das immer, der Klee Der macht die ganze Zeit keine Ulti, oder? Und dann am Ende macht er sie Ich weiß nicht Ich hör mal gar nicht Ich bin So Bei dir ist das schon anstrengend Du Ist schon ein bisschen so Überfordernd Oh Mann, ey Ich bin mal so Links klick, rechts klick, links klick Drohne, Drohne Ich will beim Pistole nur in einer richtigen Quick-Play-Runde spielen Ich weiß, Schatzi Ich weiß Ich weiß Tschüss